Der HSV gegen Kaiserslautern vor ausverkauftem Haus im Volksparkstadion. Es ist noch ein bisschen hin und die letzten Fans versuchen dort hinten doch noch Last-Minute-Tickets zu bekommen. Oder stehen im Stau, weil die A7 ist ja auch noch gesperrt und nachher, 2030 ist ja Anpfiff, wird hier richtig viel los sein. Weil auf der anderen Seite, hinter mir, in der Arena auch noch 50 Cent spielt. Also viel Spaß bei der Anreise, aber noch viel mehr Spaß beim Spiel nachher. HSV gegen Kaiserslautern. Was glaubt ihr, ist der HSV danach weiterhin Tabellenführer?